Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Serien kostenlos schauen kannst. Und zwar suchen wir zuerst nach Freeview. Dann klicken wir hier auf diese Seite und dann hier nochmal auf Freeview. Freeview gehört zu Prime, ist aber kostenlos. Also musst du kein Prime-Mitglied sein, wie wir es hier sehen. Bin ich gerade nicht. Du musst dich vielleicht nur mit deinem Amazon-Account anmelden. Und dann siehst du hier ganz viele Filme und Serien, die du kostenlos gucken kannst. Das wird dann einfach mit Werbung unterstützt. Wenn ich zum Beispiel das hier mir angucken wollen würde, kann ich hier einfach auf Abspielen klicken. Und wir sehen, dass hier Freeview steht mit Werbung. Das heißt, es ist kostenlos. Eine andere Möglichkeit ist Crunchyroll. Wir klicken dann hier drauf und Crunchyroll bietet alles Mögliche zum Thema Anime an. Du brauchst dafür auch kein Abo. Wir klicken dann hier einfach nur auf Stöbern und dann wählst du die Serie aus, die du gucken möchtest. Zum Beispiel Demon Slayer. Und dann klicken wir hier einfach auf erste Episode jetzt anschauen. Ich kann es aus Copyright Gründen nicht zeigen. Du bekommst dann einfach nur viel Werbung und kannst dann alles gucken. So leicht kannst du Serien kostenlos und legal schauen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und tschüss.